Junger Mann, ich komme jetzt von da drüben. Ja, hören Sie mir mal zu. Ich kriege auch nur die Informationen per Funk. Vorne sind jetzt unsere Pressevertretungen, mit denen reden wir am Ende. Ach so, also jetzt schickt man mich erst mal da runter, jetzt in eine andere Richtung. Und wenn ich da runter gehe, will es so wieder gehen aber. Da vorne sind die Pressemenschen, die sind dafür die Fachkräfte. Wir sperren hier bloß ab. Aha. Wir verstehen, ja?